Hey ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist der Tag, heute ist es soweit. Ich stelle euch meine Zwillingsschwester vor. Okay, Spaß beiseite. Ich glaube, ich werde niemals lustig sein können, was auch immer. Und zwar habe ich euch die Aufgabe gegeben, dass ihr mir auf Instagram Bilder von anderen Mädchen schicken sollt, die vom Aussehen her so ähnlich sind wie ich. Vielleicht auch, weiß ich nicht, genauso aussehen wie ich oder ich genauso aussehe wie dieses Mädchen. Ich weiß nicht, aber irgendwie interessiert mich das. Natürlich gibt es bestimmt draußen jemanden, wo man sagen könnte, ja, ist das deine Zwillingsschwester? Aber das Ding ist, diese Menschen zu finden, die einem extrem ähnlich sind vom Aussehen her, ist sehr schwer zu finden. Ich würde sagen, wir gucken uns die Bilder jetzt mal an und analysieren und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wer am meisten aussah wie ich oder ja, umgekehrt, ihr wisst schon. Und let's go! Okay, kommen wir zum ersten Bild. Also ich muss schon sagen, von der Seite... Ey, das ist voll komisch. Also das kann wirklich ich sein. Also von der Seite einfach wegen dieser... Ich habe so eine Stupsnase und dieses Mädchen, also sieht auf jeden Fall so auf dem Bild aus, hat auch so eine Stupsnase. Keine Ahnung, irgendwie so... Ich weiß nicht, aber das sieht total aus wie ich. Also finde ich... Ich finde schon, dass es... Ich glaube, wenn ich jetzt das Foto jemandem schicken würde oder das als Profil mitnehmen würde, so meine Freunde oder Familie würden, glaube ich, gar nicht checken, dass ich das gar nicht bin, sondern würden wahrscheinlich nur schreiben, oh, schönes Foto, Enya. Ja. Kommen wir zu der zweiten Person. Ich habe zwei Bilder. Einmal das hier. Also ich finde schon, dass eine gewisse Ähnlichkeit da ist. Also doch, irgendwie schon. Ich meine, jetzt vielleicht nicht, wenn man das so nebeneinander hält, aber obwohl, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber ich finde schon ein bisschen. Also ich finde schon, dass eine Ähnlichkeit da ist. So vielleicht ein bisschen die Naden, die Lippen vor allem. Ich finde schon, die Lippen, ja von den Augen geht so. Die Augenform würde ich halt sagen. Vielleicht die Augenbrauen? Doch, irgendwie schon, oder? Was meint ihr? Nun zum dritten Bild. Ähm. Ja, nein. Also vielleicht auf den ersten Blick würde ich sagen. Aber wenn man jetzt so genau schaut, dann nicht so. Nee. Also wie gesagt, auf den ersten Blick schon. So die Haare. Ich hatte, glaube ich, auch mal so ein ähnliches Bild. Also, ja, es geht. Vielleicht auf dem Bild ein bisschen, aber sonst finde ich nicht so. Nee. Es geht so. Ich würde so mittel, mittel. Bild Nummer vier. Ähm. Ja, es geht so. Doch. Also ich finde schon von den Augen, wenn ich so hoch gucke, der Blick irgendwie ist auf jeden Fall gleich. So, die Augenform. Ja, doch. Die Stirn vielleicht auch. Die Augenbrauen geht so. Also sie hat viel mehr Augenbrauen als ich. Obwohl ich eigentlich auch schon. Ich meine, ich muss auch mal wieder zupfen. Okay, krass. Irgendwie. Ich finde schon ein bisschen, oder? Wenn ich jetzt so, ihr müsst jetzt mal bedenken, wenn ich so die Haare hätte. Ja, doch. Ich finde irgendwie. Das verwirrt mich gerade selber ein bisschen. Also ich würde schon sagen, dass da ein paar Mädels bei waren, die mir sehr ähnlich sind. Also ich habe zwar viel mehr Bilder bekommen, die auch schon von der Ähnlichkeit krass waren. Nur das waren halt auch extrem viele. Ich glaube, dann würde das Video was weiß ich wie lange gehen. Aber wenn ihr Bock habt auf einen zweiten Teil, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert mich hier. Und hier verlege ich euch zwei meiner anderen Videos und schaltet die Glocke ein. Schreibt auch gerne in die Kommentare Hashtag Glocke, wenn die Glocke eingeschaltet ist. Also Leute, bis zum nächsten Video und ich habe euch ganz doll lieb. Und ja, tschüss.